Ja, genau, ich weiß es wieder. Ich wollte... 100? Nein, ich wollte hier 1, 2, 3 und so. Ja, genau so wollte ich das bauen und... Was wollte ich noch machen? Äh... Gott. Ich bin schon auf 1,5, ja, das wird jetzt wieder unglaublich spannend. Äh, 1... Steht wieder im Weg, genau. Wie immer. 1 steht im Weg, yeah. Das ist nichts Neues. Die stehen sich auch selbstständig im Weg rum. Oh, oh, ist das fertig? So. Da kommt eh keiner hin, denke ich mal. Das macht mir ehrlich gesagt ein wenig Sorgen, also da baue ich noch ein paar Lancer hin. Äh, Lancer, genau. Ich baue da ein paar Lancer hin, weil die momentan noch so durchschlagskräftig sind. Äh, ich baue es mal zu. Wenn nicht, man kann es wieder abreißen. Wenn man es denn überlebt. Ist es besser, als wenn ich mich da zusammenschieße. Oh, ihr seid auffahrig. Gut, dann baut ihr da unten noch, äh, 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 genau. Dann so hier und hier und da hinten und dahin noch ein. Genau, so bauen wir das jetzt. So ungefähr, sieht doch gut aus. So, euch, das schieben wir jetzt zwei nach drüben. So, sieht doch ordentlich aus. Bisschen Ordnung schaffen hier so, ne, da. Hier, da, technisch so, ne. Konstruktion abgeschlossen. Weißt du, wie ich mein? Ach. So, noch eins rüber. So. Nein. Vorher sah es besser aus. So. Schön weg in Ordnung gemacht. Was macht die Forschung? Die forscht. So, welche Konstruktion ist denn jetzt abgeschlossen? Äh, äh. Äh, äh. Ja, welche denn? Ah, die da oben. Gut. Ja gut, da oben, da kommst du eh nicht vorbei, also. Also nicht, zumindest nicht die KI, die ist zu blöd dazu, denke ich mal. Das, obwohl ich auf schwer spiele, hä? Ich spiele immer noch auf schwer, ach ja, da baue ich auch noch was. Höh, ganz vergessen. Aber irgendwie finde ich es ehrlich gesagt für schwer fast ein wenig zu leicht. Also, was heißt fast? Es ist irgendwie zu leicht, finde ich. Doch, also. Ich bin schwerer, das ist auch schwer gewohnt. Gut. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Bug oder so, oder. Ist irgendwie umgedreht hier, ist schwer leicht. Kann ich denn leicht schwer, oder? Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Das bringt mir doch nichts, wenn der Rest da oben und wo noch? Da, nee. Doch. Konstruktion abgeschlossen. Und da. Ha, ich hab's gesehen. Ha, auf Anhieb. Ah, komm. Aber schön ist, dass wir wenigstens da drüber fahren können. Servicia Station. Servicia, genau. Komm, ich komm jetzt auf Servicia. Servicia. Lauwarme Servicia. Ja, genau. Okay, jeder soll jetzt wissen, wo das herkommt. Wenn nicht, naja. Pech, komm. Grundlagenforschung abgeschlossen. Haubitzen Verbesserung. Noch was? Nein. Ach, gib mir halt noch was. Ihr Rassisten. Das ist Diskriminierung gegen mich. Soll er verboten gehören. Gehört verboten. Grundlagenforschung abgeschlossen. Ah, halt. Moment. Ach, das ist nur für Cyborgs, ne? Egal. Waffenforschung abgeschlossen. Hm. Hört Feuerrader von Haubitzen. Fahrzeugforschung abgeschlossen. Hochwertige, mischende, energieabsorbierende Fasern. Ja, das ist nur für Cyborgs. Die baue ich eh nie. Warum baue ich die nie? Keine Ahnung. Ich stehe auf Panzer und er hat 5. Er hat 37. Egal, ich bleib bei der. Ich baue eh keine mobile Infanterie. Ich baue die immer nur irgendwo hin und dann hoffe ich, dass das funktioniert. Und wenn es nicht tut, denke ich mir scheiße. Dann funktioniert es nicht. Konstruktion abgeschlossen. Allergie ist scheiße. Nein, da unten ist nichts mehr gut. Ja, diesmal ist auch der Transporter wieder fortgeflogen. Also, ob das irgendwie zusammenhing, keine Ahnung. Mit dem Absturz und... Egal. Ich bin am Gewinnen, das ist wichtig. Und... Boah, ich spiele fast schon 20,5 Stunden. Nee, 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 nee. Gut, das ist nicht heute wahr. Wie sich's lustig dreht, wie... Schade, da müssen noch so ein wenig Effekte sein. Das ist ja cool. Weil so ein wenig Lichtblitzen, wenn man vorbeifährt, kriegt man so... Einer ab. Ja. Genau. Jetzt ganz ruhig. Jetzt nehmen wir schön die Medikamente. Und alles wird gut. Dann verschwinden auch wieder die roten Elefanten. Ja, so ist gleich viel besser, ne wahr? Ja, ne wahr. Ne wahr. Wo hab ich das schon da her? Keine Ahnung. Boah. Das läuft alles so schleppend, wenn man keine Energie hat. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Hab ich dann alles halbwegs ab... Welche denn? Konstruktion abgeschlossen. Oh, ihr seid fertig. Yeah. Äh, noch irgendwas. Ihr fahrt mal rauf. Obwohl, nein, ihr fahrt runter. Runder rauf, wo ist der Unterschied? Ihr müsst ihm da vorne noch ein bisschen helfen. So noch irgendwo eine Schwachstelle in meiner Verteidigung. Hm, mal schauen. Nö, das sieht doch gut aus. Gut, ich hab keine Ahnung, ob das gut ist, ne, aber... Es sieht schon mal nett aus, was ich da baue, glaube ich. Ja, doch. Welche? Wie oft denn noch? Ihr müsst mir sagen, welche? Ich kann doch nichts damit anfangen, wenn ich mir Sachproduktion abgeschlossen. Ich hab doch keine Ahnung, wo, was, wie produziert wird. Ich bin verwirrt, ich bin ein verwirrter alter Mann. Naja, alt vielleicht nett, aber auf jeden Fall verwirrt. Verdammt, da steht jetzt die Wege. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Oh, ihr seid fertig, wie schön. Nein, Moment, ich muss das noch mal kurz... Hm. Kommando Relays, hab ich die überhaupt schon gebaut irgendwo? Konstruktion abgeschlossen. Pff, nein? Pff, brauch ich nicht. Wofür waren die noch mal gut? Für Commander irgendwas, ne? Glaub schon, ja? Sollte ich vielleicht mal bauen und vielleicht bringen sie irgendwas? Vielleicht kriegen dann meine Commander das Überpower! Yeah! Haben sie einen Lichtblitz um sich und... schießen Atomraketen statt blauem Laserlicht. Laserpointerlicht, was auch immer. Ja, genau. Die bekommen dann Atomraketen und können alles platz schießen. Ja, genau. Konstruktion abgeschlossen. Macht ja auch absolut viel Sinn und so, ne? Also, wird für mich jetzt Sinn ergeben, ne? Dass die jetzt plötzlich Atomraketen verschießen, ne? Statt blauem Licht. Genau wie LKWs das dann machen. Je, genau. Was hab ich denn heute wieder genommen für Medikamente, du? Konstruktion abgeschlossen. Äh, äh, die da. Fahrzeugforschung abgeschlossen. Kannst du noch was erforschen? Oh, ja, Rassisten, ihr elendigen. Fahrzeugforschung abgeschlossen. Warum zeig ich mir immer einen Panzer, wenn ich sowas sehe? Das ist doch... Das gibt doch gar keinen... Es gibt keinen Sinn. Das ist Chewbacca. Dass ich Ihnen jetzt Chewbacca erkläre, ergibt überhaupt keinen Sinn. Wenn es keinen Sinn ergibt, dann muss mein Mandant unschuldig sein. Ist doch ganz klar. So, was macht ihr? Ihr Leuchtewink mit eurem Licht. Toll. Ich hab Lichtleuchte-LKWs. Geil. Völlig sinnlos. Egal. Wir ignorieren jetzt einfach die Sinnlosigkeit, die Sinnlosigkeiten, die sinnlos sind oder so. Was macht ihr da? Ach, hier steht wieder nur rum, ne? Ich hasse es. Ich hasse es. Du, naja, du... Du bist... Du sollst da oben meinetwegen verrotten. Was weiß ich. So, ihr... Oh, scheiße. Ihr fahrt da jetzt mal weg und damit ich da noch einen Turm bauen kann. So, jetzt kann sich das nur noch um Stunden handeln. Konstruktion abgeschlossen. So, ihr helft da mal. Hab ich dann alles. Ja, endlich. Fett. Ach ja, ich wollte noch so ein paar Dinger bauen. Konstruktion abgeschlossen. 450. Warte mal, wie viel fressen die? Von wie viel? Okay, die brauchen 425, 450. Boah. Wenn ich davon 12 Stück bauen will, von jeweils 6, dann 8 sogar von 7. Boah, da bräuchte ich 3... Boah, 3, 2. Kaufrechnen. Das kann ich, das gar nicht, das gar nicht. 3, 6, oh Gott. Oder 3, 4, oh Gott. Das können wir gar nicht leisten. Fahr doch mal weg, da. Ja, Basis ist gesichert, ne? Euch stellen wir mal... Stellen wir mal da rauf. Damit ihr nicht völlig ungeschützt in der Bamba rumsteht. Hm... Könnte noch so ein... Ach, wir bauen mal noch... Ich weiß nicht, ob die auf die Entfernung dann überhaupt irgendwann mal was bringen, aber... Ich... Boah, halt mal noch... Noch... Noch, komm, geht weg! Ach! Ich hasse euch. Ich hasse euch. Oh mein Gott, ich hab 3 gedrückt. Gut, das ist mir noch eingefallen... Ist... Das hätte jetzt echt unangenehm werden können. Was ist das jetzt? CB-Turm. Der ordnet Artillerie und... 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 Schlagturm. Der schlägt die Leute. Äh, ja genau, der schlägt sie. Der schlägt den Feind tot. Nein, der ordnet... Der ordnet... Gebäude oder so. Ich hab's vergessen. Ich hab's schon wieder vergessen. So, stundenärisch ich es gelesen habe. Nein, Tage sind es inzwischen sogar... Entwurfsmenü fällt mir grad noch ein. Äh... Termitbomben... Termit... Irgendwie viermal so viel Schaden machen, auch wenn sie so langsam feuern. Egal. Und... Ja, wo irgendwie... Fünffache Durchschlagskraft haben. Mehr Energie und viel höhere Feuerrate. Warum sollte man die Streubomben nehmen? Ah, die haben wahrscheinlich Flächenschaden, ne? Egal, ich nehm die fetten Bomben. Beenden wir die Mission heute noch. Beenden wir sie, beenden wir sie, komm. Oder wir speichern erst mal. Schauen wir gleich nochmal, wie spät's ist. Oh, es ist halbe, zwölf. Na, das geht ja noch. Das geht ja noch. Da kann ich noch ein Viertelstündchen so spielen. So technisch hier nicht. Da, weißt schon, ne? Schon klar. Ihr wisst Bescheid, was ich meine. Wenn nicht, dann... Ich auch nicht. Mal halt da dann auf. So. Ist da jetzt noch ein Artefakt drin? Ah, geil. Ich mag Allerie. Ja, da ist noch ein Artefakt, oh Gott. Und die machen das Ding jetzt alles zu Asche, ne? Oh Gott. Kriege ich das Artefakt ohne das jetzt gewinnen? Oh Gott. Ich kriege das Artefakt nie ohne zu gewinnen. Oder? Oder? Nein. Nein. Jetzt, jetzt nimmer. Artefakt wurde gefunden. Jetzt nimmer. Egal, was ist es? Laserflaschle... Was? Laser? Hä? Shit. Das machen sie gleich noch das andere kaputt und ich kann die Forschung nimmer abschließen. Richtig? Richtig. Tschüss. Feindliche Basis ausgelöscht. Scheiße. Scheiße. Missionsziel erreicht. Dann muss ich nochmal umkalkulieren. Missionsziel? Nein, das geht nicht. Da muss ich nochmal... Wer du crasht jetzt? Wer du crasht jetzt? Ich töte dich. Und alles, wie schon gesagt. Mach alles nochmal. Ha, ha, ha. Gut. Ich vergesse immer wieder den... Du bist jetzt vier. So, hast du es. Vier. Du bist nur vier. Ha. Du kannst dich nicht mit drei messen, ne? Du bist nur vier. Was hast du jetzt davon? Reicht es, wenn ich den Turm da drüben verkaufe? Oder muss ich auch den da drüben verkaufen? Wir werden sehen. Warum stehe ich dir eigentlich alle rauf? Einer hätte doch gereicht. Ach, nein, ich brauche... Und Kommando-Lilays wollte ich noch bauen, ne? Okay.